Hallo und herzlich willkommen zu unserer Restorative Yoga Einheit zur Regeneration, eine ruhige Yogastunde für die innere Heilung. Wir werden in den Asanas, in den Haltungen, ca. 6 Minuten pro Übung bleiben. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, wirklich richtig loszulassen und Zeit für sich zu nehmen. Wir haben einiges an Hilfsmitteln zur Verfügung. Vielleicht brauchen Sie ein Kissen, einen Yoga-Block, eine Decke und natürlich auch Ihre Matte. Es geht ganz bewusst darum, dass Sie wirklich vollkommen loslassen. Das heißt, Sie können die Hilfsmittel dafür nutzen, um es sich richtig bequem zu machen. Unser Ziel ist es, die Verspannungen im Muskelbereich aufzulösen und auch tiefsitzende Verspannungen und Verhärtungen zu befreien. Gerade emotional und mental sammelt sich einiges an und speichert sich im Körper fest. Diese Yoga Einheit ist eine wundervolle Gelegenheit, um diese aufzulösen. Und gerade wenn Sie auch die Ruhe und Zeit dafür haben, die Gefühle zu beobachten und zu erkennen, das ist der Moment, in dem Heilung geschehen kann. Die Übungen eignen sich ganz besonders für Anfänger, um sanft und achtsam in die Yoga-Praxis einzutauchen. Nun beginnen wir in den gebundenen Winkel, in der Rückenlage, wie ein Schmetterling. Bevor wir in diese Position eintauchen, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Tools, unsere Hilfsmittel. Eine leichte Erhöhung im Rücken ist hier möglich. Das heißt ein Kissen und vielleicht sogar eine Rolle parallel zur Wirbelsäule, sodass sowohl die Kopf- und Wirbelsäulenpartie bis runter in die Lendenwirbelsäule gestützt ist und die Schultern rechts und links weit geöffnet werden können. Wir setzen uns mit dem Blick zur kurzen Mattelnlinie in die gebundenen Winkelhaltung, auch Schmetterlingshaltung genannt und atmen ganz tief ein, die Wirbelsäule ist lang gestreckt, beim Ausatmen Herzraum öffnen und Stück für Stück in die Rückenlage ablegen. Bei der Einatmung die Aufmerksamkeit auf die Weite im Herzraum, Steißbein leicht eingelöffelt. Bei der Ausatmung den Fokus auf die Brustkorböffnung. Kopf ist mittig, komplett entspannt, ganz ruhig und entspannt abtauchen. Sie finden Ihre Position und entspannen sich da hinein. Die Aufmerksamkeit auf die Atmung gerichtet. Eine ganz tiefe, ruhige, bewusste, achtsame Atmung. Die Atmung in den Bauchraum. Ganz bewusst sowohl die Atemfülle als auch die Atemleere ausdehnen. Und bei jeder Ausatmung noch mehr loslassen. Alles loslassen, was Sie loslassen möchten. Sie machen sich frei von allem, was Sie jetzt nicht brauchen. Genau für diesen Moment. Sie kommen an in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Alles um Sie herum zieht an Ihnen vorbei. Ganz tiefe, ruhige Atmung. Nehmen Sie wahr, wie Sie immer mehr loslassen. Eine innere Stille und Ruhe. Ihre Aufmerksamkeit auf die Gedanken und die Momente zwischen den Gedanken. Die gedankliche Stille. Ein leichtes inneres Lächeln. Hingabe loslassen. Hingabe loslassen. Wahrnehmen. Die Lebendigkeit jeder einzelnen Zelle des Körpers spüren. Bewusst erkennen, dass der Moment der Gegenwart einen wahrhaftigen Zauber in sich dreht. Sie sind ganz ruhig und lassen noch mehr los. Immer mehr weiter im Herzen diese Atemfülle ausdehnen und in der Atemleere spüren. Das ist der Moment, in dem die Gefühle zum Vorschein kommen. Ihr Herzraum weitet sich aus. Alle Spannungen in der Hüfte lösen sich. Diese Verbindungen zwischen der Hüfte und dem Kiefer wahrnehmen. Mal ganz bewusst wahrnehmen, ob da noch eine Restspannung im Kiefer gegeben ist. Vielleicht einen Moment lang den Gesäßmuskel leicht anspannen und auch da noch mehr lösen. Vielleicht haben Sie jetzt Polstern oder ein Yoga-Block unter den Knien. Vielleicht möchten Sie dies lösen. Ihre Grundspannung ist nicht weiter oben als 60%. Die Dehnung ist entspannend und die Atmung fließt. Tiefe, freie Bauchatmung. Dein Kopf bleibt mittig. Strahlt das Kinn zum Himmel oder ist der Nacken lang gestreckt? Beobachten einen inneren Body Scan spüren loslassen und genießen reflektieren und nun langsam und achtsam aus der Position herauskommen ganz langsam herauskommen bei der Einatmung hochkommen die Blöcke und die Blöcke zur Seite und die Knie zur rechten Seite und die Knie zur rechten Seite die Knie und Füße übereinander in einen Easy Twist hineintauchen tief ein- und ausatmen und nun das Brustbein sanft nach vorne auf die Rolle ablegen und Sie entscheiden, ob Sie Ihren Kopf nach rechts ablegen oder auf die gegenüberliegende Seite oder auf die gegenüberliegende Seite positionieren bei jeder Ausatmung lösen Sie noch mehr loslassen Ihre weibliche Seite der Hingabe einen inneren Body Scan durchführen um alle Anspannungen im Körper loszulassen Ihre Gedanken fließen diese können Sie einfach annehmen und weiterziehen lassen spüren wie Sie sich fühlen einfach mal wahrnehmen während Sie ganz ruhig in innerer Stille weiteratmen wahrnehmen wie Ihre Wirbelsäule rotiert ist wie Sie da liegen auf Ihrer Matte diese Momente der Funkstille der gedanklichen Stille wahrnehmen und diese möglicherweise ein wenig ausdehnen sind ganz ruhig die Atmung fließt tief sowohl die Ein- als auch die Ausatmung immer mehr ausdehnen durch Ihren Körper scannen und spüren ob es irgendeinen Bereich im Körper gibt der noch mehr Anspannung in sich trägt ganz bewusst die Atmung dahin steuern und bei der Ausatmung auch diese Anspannung loslösen und immer wieder mal reflektieren welche Gedanken hochkommen ob diese Gedanken Gedanken der Liebe sind Gedanken die gut tun welchen Einfluss diese Gedanken auf Ihre körperliche Verfassung haben richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre innere Schönheit Worum geht es beim Schönsein Schönsein heißt dass Sie authentisch Sie sind Sie sind sich selbst es geht darum sich selbst so zu akzeptieren sich anzunehmen das ist die Kunst der inneren Schönheit zu erkennen welch ein großartiges Wunder Sie sind die Atmung tief fließen lassen Nun die Hände seitlich aufstellen und wieder nach oben stützen Sie kommen ruhig zurück um die Seite zu wechseln zur anderen Seite die Knie die Knie nun nach links Sie lassen sich flach nach vorne fallen Brustbein strebt in Richtung Rolle und nun den Kopf entweder nach rechts oder zur anderen Seite ganz bequem Finden Sie die Position der Liebe der inneren Harmonie den Moment des Loslassens Spüren Sie diese Ruhe die in Ihrem Körper sich ausbreitet die Stille aus dem Geist Ihr Körper kommt in die Regeneration der Selbstheilungsprozess wird aktiviert Sie genießen den Moment der Stille Sie tauchen ab in die Oase der inneren Liebe Sie tauchen ab in die Oase der inneren Liebe Reflektieren Sie Was ist Ihr wahres Ich? Wer sind Sie? Wenn Sie das erkennen dann sind Sie an der Quelle für Ihr inneres Glück an der Quelle für die Liebe es gibt eine Identität die wir annehmen eine Rolle diese Identität ist manchmal eine Herausforderung und der Zugang zum Leid und zur Sorge diese diese angenommene Identität hat einen engen Zugang zu Ihrem Ego Einfach mal wahrnehmen wo ist Ihre Quelle Ihr Ich Ihr Quelle zum Glück die Quelle zur Liebe wer sind Sie wirklich was möchten Sie aus dem Herzen heraus der erste Schritt ist das zu akzeptieren was jetzt und hier ist Ihre innere Schönheit aufblühen lassen Sie müssen nichts tun dafür es ist eine Seins Angelegenheit Sie müssen nur sich selbst sein Sie müssen von niemandem akzeptiert werden es geht darum sich selbst zu akzeptieren zu akzeptieren zu akzeptieren die das ist das 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 Eine wundervolle Akzeptanz, unabhängig von der Lebenssituation, was gerade ist, unabhängig von dem, was wir haben. Tief in der Mitte Ihres Wesens nehmen Sie wahr, welcher Kern in Ihnen steckt und erlauben Sie diesen Kern, sich auszuweiten und nun tief ein- und ausatmen, durch die Vitalität Ihrer Atmung wieder langsam aus der Position herauskommen. Sie kommen in Ihren Vierfüßlerstand, um in eine schmelzende Herz-Vierfüßler-Position zu kommen. Tiefe Atmung Nehmen Sie wahr, wie die Hüfte immer mehr an Weite gewinnt, Ihr Herzramm schmilzt in dem Polster und Sie lassen alles los, auf jeder einzelnen Ebene, die emotionalen Ebene, die körperliche Ebene, die gedankliche Ebene, alles loslassen. Innere Heilung. Sie erlauben es sich jetzt loszulassen. Betrachten Sie Ihren Körper als einen wunderschönen Garten, jede einzelne Zelle Ihres Körpers wie eine Blume. Und jetzt erlauben Sie diesen Garten einfach nur zu sein. Den inneren Gärtner schenken Sie jetzt mal Feierabend, denn das ist Ihr Wille. Jetzt wollen wir überhaupt nichts. Wir wollen allerhöchstens loslassen. Das heißt, Ihr Gärtner hat Urlaub. Sie dürfen entspannen. Sie tauchen ein in die Unendlichkeit Ihres Herzens. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir wissen, dass es geben ganz offiziell auch ein Fundament des Glücks darstellt. Wir geben unserer Familie Zeit und Energie, unsere Freunde, unsere Kollegen. Und jetzt ist der Moment, wo wir uns selbst etwas geben. Denn nur wenn wir uns etwas geben, wenn wir vollkommen versorgt sind, dann haben wir auch die Vitalität und Kraft für andere da zu sein. Wir schenken sich jetzt Zeit. Wir schenken sich jetzt Zeit. Zeit für sich. Genauso wie wenn wir nur ausatmen können, wenn wir eingeatmet haben, so können wir auch nur geben, wenn wir empfangen haben. Dies ist der Moment des Empfangens. Sie empfangen Energieströme der inneren Selbstliebe. Während ihre Zellen, ihre Blumen und Blüten sich ausweiten. Sie sind eine optimistisch Anführung. Sie sind eine optimistische Anführung. Sie sind die Menschen im Kampf davon. Sie sind die Menschen im Kampf. Sie sind die Menschen im Kampf. Sie beobachten die Gedanken, die kommen und gehen, völlig unbeteiligt und emotionslos. Und Sie erlauben es, dass die Liebe aus Ihrem Herzen sich immer mehr ausweitet, die Blüte jeder einzelnen Zelle Ihres Körpers strahlt und die innere Schönheit weitet sich aus wie eine Lotusblüte, die sich öffnet. Durch die Einatmung wird jede einzelne Zelle in Ihrem Körper genährt. Der Energiefluss fließt. Und noch einmal ganz tief ein- und ausatmen. Ihre Aufmerksamkeit auf die innere Ruhe, die Hände mal ganz fest in den Boden schieben, um langsam wieder hochzukommen. Sie kommen über die Seite zum Sitzen. Und nun die Polster zur Seite nehmen, die Beine in der Nassana nach vorne strecken und jetzt einfach nochmal die Polster auf die Beine ablegen, sodass Sie sich entspannt nach vorne ablegen können. Sie gehen in Paschi-Muttanasana in die Vorbeuge, vollkommen entspannt. Sie machen sich vollkommen frei von allen Ballast. Im Hier und Jetzt in Ihre Gegenwart, vollkommen achtsam. Sie tauchen ein in ein Gefühl der inneren Stille. Sie sind eins mit sich, mit Ihrer Atmung. Sie sind eins mit sich, mit Ihrer Atmung. In unserem Leben gibt es immer wieder Momente der Sonne und Momente des Schattens. Die Sonne, die Energie, das Licht. Natürlich, wenn wir die Wahl hätten, würden wir am liebsten immer in der Sonnenseite des Lebens stehen. Und wenn wir den Schatten als eine kritische Option betrachten, macht es definitiv Sinn, mal genau dahin zu schauen. Woher kommt der Schatten? Der Schatten kommt natürlich nur daher, dass wir selbst in der Sonne stehen. Denn wir sind diejenigen, die den Schatten erzeugen. Ich lade Sie dazu ein, die Gelegenheit zu nutzen, Ihrem Blick ganz bewusst darauf zu richten, was Ihnen gut tut. Ihre Aufmerksamkeit auf die liebenswürdige, schöne Wesen und schöne Dinge in Ihrem Leben gestärkt erhellen zu lassen. Betrachten Sie sich selbst mal ganz bewusst genau so, wie Sie sind. Sie sind ein wundervolles Wesen. Sie sind ein wundervolles Wesen. Es gibt nichts, um Liebe und Anerkennung von außen zu verdienen. Und das ist der größte Schatten, den wir uns selbst erbauen. Wir steigen ein in ein Hamsterrad auf der Suche nach Licht. Dabei ist das Licht schon da. Wir müssen es nicht suchen. Ihr wahres Ich ist pure Liebe. Und Sie sind wundervoll genau so, wie Sie sind. Sie müssen in kein Hamsterrad einsteigen, um erkannt zu werden. Sie sind gut genau so, wie Sie jetzt sind. Alles, was Sie tun, wird genau dann erblühen, wie diese Zelle im Garten, diese Pflanze im Inneren, wenn Sie dies aus dem inneren Impuls der Liebe tun. Und nun tief ein und aus. Ausatmen und langsam wieder hochkommen. Die Hände rechts und links. Sie schieben den Boden weg. Und die Polster mal zur Seite. Und nun erlauben Sie sich mit der Hüfte etwas weiter zur Mitte zu kommen, um abzurollen in die Rückenlage. Die Beine ein wenig anstellen, sodass die Fußsohle mit dem Boden in Verbindung stehen. Und nun kommen Sie mit der Hüfte auf den Polster, um eine unterstützte Schulterstandposition zu bekommen. Die Arme über die Seite in eine V-Position, sodass die Hände über die Schultern positioniert sind. Hand, Rücken mit dem Boden verbunden. Eine Verbindung mit der Atmung. Die Atmung ganz tief in den Bauchraum fließen lassen. Ihr Nervensystem kommt zur Ruhe. Leichtes Doppelkinnen langen Hals. Tauchen Sie ein in die innere Stille, in die Ruhe. Ihre Atmung fließt vollkommen achtsam und konzentriert. Fokussiert. Sie nehmen wahr, wie das Blut herabfließt. Das allerschönste Geschenk im Leben ist es, der Mensch zu sein, dem man wirklich ist. Keine Rolle zu spielen, sondern einfach zu sein. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren leuchtenden, friedvollen Geist. Wenn Sie Ihren Körper sehen könnten, wie ein Forscher. Die einzelnen Atome, die Partikelchen, die wie in einer Lichtgeschwindigkeit, durch Weite und Leere, in Ihrem inneren Raum saßen. Diese Teilchen, welche keine echte Materie sind, das handelt sich um Energie. Ströme von Energie. Energie, die Information in sich trägt. In welchem Raum in Ihrem Körper fließt diese Energie. Sie fließt in den Schoß Ihrer Schöpfung. Das ist das Feld aller Möglichkeiten. Durch Ihren Geist, Ihre Gedanken. Tief ein- und ausatmen. Mal die Beine einzeln auf dem Boden abstellen. Die Hüfte ist noch unter dem Gesäß. Wie so eine unterstützte Schulterbrücke. Bleiben Sie noch einen Moment da, vollkommen entspannt. Vielleicht möchten Sie sogar die Beine ein wenig ausstrecken. Um die Hüftbeugepartie zu strecken. Lassen Sie los und atmen Sie in Ihren Bauchraum. Nehmen Sie die Liebe und die innere Schönheit in sich wahr. Die Liebe zu sich selbst und auch zu Ihren Mitmenschen. Ihr Kopf ist mittig. Die Schultern weit von den Ohren weg. Sie sind das Feld aller Möglichkeiten. Nehmen Sie Ihren inneren Garten, Ihre innere Blume wahr. Nehmen Sie Ihren inneren Garten, Ihre innere Blume wahr. Der Kopf ist mittig. Die Atmung fließt. Ein innerer Body scan. Ganz häufig ist eins. Die Erleuchtung, das, was wir anstreben. Nur die Frage, was ist Erleuchtung? Bedeutet es, etwas zu sehen? Etwas Unsichtbares zu erkennen? Ruhe, ohne Anfang, ohne Ende. Eine innere Erkenntnis. Welche Erleuchtung bewegt dich? Welche Erleuchtung bewegt dich? Vielleicht eine Erkenntnis, die für dich neu ist. Denn irgendwo gelingt es uns tagtäglich mit neuen Erkenntnissen und Erleuchtungen verwöhnt zu werden. Das ist der Geschenk, ein Geschenk des jeweiligen Tages. Der wahre Wunder des Lebens ist, diese Geschenke zu erkennen. Und noch einmal tief ein- und ausatmen. Mal die Fußsohle mit dem Boden verbinden. Und wieder zurückkommen, Becken ein wenig anheben und nun ihr Polster zur Seite nehmen. In die Rückenlage zurückkommen. Sie legen sich in die Seitenlage nach links. Sie können gerne entweder ihr Polster zwischen die Beine nehmen und die Hände vielleicht nach vorne übereinander. Sie lassen auf alle Ebenen los, kommen ganz passiv in diese Position hinein. Sie genießen und atmen. Sie müssen nichts tun, außer zu füllen. Sie kommen an im Hier und Jetzt. Sie tauchen ein in ein Gefühl der vollkommenen Gelassenheit. In ein Gefühl des Mitgefühls zu sich selbst. Wir gehen über dieses Gefühl hinaus. Mitgefühl zu anderen. Alleine nur mit den Gedanken. Mitgefühl zu anderen. Mitgefühl. Ein Strahl der vollkommenen Helligkeit. Ein Strahl der vollkommenen Helligkeit. Nehmen Sie wahr, wie Sie immer ruhiger und gelassener werden. Sie tauchen ein in ein tiefes Gefühl von Stille. Wie so ein stiller See, der vollkommen glatt ist. Die Gefühle, die Gedanken, auch der Körper wird ruhig, wie dieser See. Ihren inneren Garten, jeder einzelnen Zelle, immer mehr Stille. Wann kommt eine Stille bei uns an? In der Regel, nachdem wir etwas verarbeitet haben. In dem Wachstumsprozess kommt Unruhe rein. Und wenn diese Entwicklung vollendet ist, kehrt ein wundervolles Gefühl der inneren Stille ein. Und das ist der Prozess des Lebens. Wir brauchen die Stille, um Erlerntes zu integrieren. Um dies zu festigen. in dem Wachstum, in dem Wachstumsprozess von Unruhe rein. Und wie das ist. Scannen Sie durch Ihren Körper durch und reflektieren, ob es irgendeinen Bereich in Ihrem Körper gibt, der unruhig ist. Wenn dem so ist, dann scannen Sie in Ihre Gefühle ein und reflektieren Sie, mit welchem Gefühl ist diese innere Unruhe verbunden. Wenn Sie erkennen, welches Gefühl hinter Ihrer inneren Unruhe steckt, dann kommen Sie zu einem inneren dritten Schritt, nämlich zu der Frage, was Sie brauchen, um auch da in die Stille einzukehren. Tief ein- und ausatmen. Kommen Sie wieder zurück in Ihre Position, mal die Handfläche mit dem Boden verbinden. Vielleicht Ihr Polster nochmal rausnehmen. Und nun gehen wir über die Rückenlage zur rechten Körperseite. Und nun die Seitenlage in die andere Seite. Polster zwischen die Beine. Finden Sie eine gute Ausrichtung in Ihrer Wirbelsäule, in Ihrer seitlichen Position. Vollkommen mühelos und entspannt. Sie finden neue Kraft und neue Energie. Ihr Körper regeneriert auf alle Ebenen. Sie spüren dieses Gefühl von Stille und Gelassenheit. Finden Sie Zugang zu Ihrem Herzen. Spüren Sie diese unendliche Kraft der Liebe in sich. Erlauben Sie es sich, von der Liebe geleitet zu werden. Nehmen Sie wahr, wie diese Liebe sich in jeder einzelnen Zelle Ihres Körpers ausweitet. Ihr Geist taucht ein. In eine Verfassung, in einem Modus der Meditation. Sie spüren, wie diese innere Weisheit durch die Meditation zum Vorschein kommt. Wie so eine innere Erleuchtung. Denn diese Weisheit ist wie so eine Lampe, wie ihr Licht. Von der Meditation. Ein Licht, das alle Dinge und Menschen wie in seinem Schein umfassen. Sie spüren durch ihr Strahlen, durch ihre Aufmerksamkeit, durch das Fokussieren ihres Geistes im Rahmen der Meditation, wie sie immer mehr in ein großes Bad des Mitgefühls eintauchen. Mitgefühl für alle Kreaturen um sie herum. Dieses strahlende Licht aus ihrem Herzen strahlt hinaus in alle Richtungen. Voller Mitgefühl und mit vermehrter Kraft zurückzukehren. Atmen Sie tief ein und aus. Sie kommen in die Seitenlage und von der Seitenlage zur Rückenlage. Ihre Polster ein bisschen zur Seite nehmen. Und nun in Shavasana die Totenstellung. Shavasana entweder gepolstert unterm Rücken oder mal ganz gelöst mit langen Beinen. Kopf ist mittig, Handrücken auf dem Boden. Genießen Sie diesen Moment der absoluten Stille. Sie sind vollkommen frei, frei, authentisch zu sein. Was heißt authentisch? Manchmal kommt man zu dieser Frage zurück, mit der wir heute schon zu Beginn gestartet haben. Wenn Sie diese Frage für sich klar und deutlich beantworten können, dann haben Sie das Fundament für eine innere Authentizität geschaffen. Das größte Ziel eines Menschen ist Freiheit, sich zu befreien. Und dies geschieht, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir wissen, was wir wollen. Und wenn wir dadurch ein tiefes, wahrhaftiges Leben führen. Auf unserem Weg, den selbstgewählten Weg. Und nun langsam die Atmung wieder tiefer werden lassen. Die Hände ein wenig bewegen. Die Füße bewegen. Arme und Beine. Und den Kopf vielleicht ein wenig drehen. Mal die Arme über den Kopf lang strecken. Wahrnehmen, was Sie jetzt benötigen, was Sie wünschen. Genießen Sie diesen Moment. Und kommen Sie langsam über die Seitenlage. In die sitzende Position. In Sukhasana. Die Hände in Namaste. Spüren Sie das Gefühl der inneren Ruhe. Die Balance zwischen innen und Arßen. Und reflektieren Sie, wie dieses Gleichgewicht in Ihren Alltag integriert wird. Namaste. Herzliches Dankeschön.